Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Wilde, der in seinem erwürdigen Koran sagt, wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die Ungläubigen waren, ihn als einen von zwei vertrieben, als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte, Sei nicht traurig, gewiss, Allah ist mit uns. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Herrscharen, die ihr nicht sah. Und er niedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren, während Allahs Wort durch das Schuhuhe ist. Allah ist allmachtig und allweiser. Das ist kein und gut, außer Allah. dem einen ohne Teilhabe gibt und dass unser Prophet Muhammad seinen anbietenden Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema Lehren oder Lehren aus der Auswanderung des Propheten Sallallahu alayhi wa sallam bzw. Al-Hijra. Liebe Schwestern und Brüder, im Juli des Jahres 622 ist die Lage in Mekka lebensgefährlich geworden. So hat sich der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam mit seinen Gefährten aus sich auf den Weg von Mekka nach Medina gemacht. Die Auswanderung, die sogenannte Hijra beginnt. Wenn wir über die Auswanderung des Propheten Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam nachdenken, leiten wir großartige Lehren ab, anschließend der Notwendigkeit, die entsprechenden Mittel einzuleisten. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des islamischen Glaubens. In diesem Sinne, sagte der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam, würdet ihr wahrhaftig auf Allah vertrauen, würde er euch versorgen, genau wie er die Vögel versorgt. Am Morgen ziehen sie hungrig aus und am Abend kehren sie statt und satt zurück. Diese Überlieferung lehrt uns, dass der Mensch die Mittel nutzen muss, die einen Nutzen herbeiführen bzw. einen Schaden abwenden, während man gleichzeitig auf Allah vertrauen soll. Allah sagt, und wer auf Allah vertraut, dem ist er genüge. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Auch sagt der Erhabene, und auf ihn vertrauen diejenigen, die Vertrauen haben. Verhält man sich so, versorgt einen Allah, genau wie er die Vögel versorgt, die morgens hungrig ausfliegen und abends mit frühen Bäuchen zurückkehren. Darauf deutet die Hijra hin, dass alles, was sich im Universum abspielt, passiert durch den Willen Allah Ta'alas. Keine Kraft ist ihm überlegen. Liebe Geschwister, die Hijra ist eines der größten Ereignisse in der muslimischen Geschichte. Sie ist der Beweis dafür, dass das Licht des Islams nicht mit Druck und Gewalt ausgelöst werden kann. So gefältig plante der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, die Hijra. Gemeinsam mit Abu Bakr und seinem und einem Wegführer namens Abdullah ibn Urayqid verließ er in alle Stille die Stadt, während Imam Ali, r.a. zur Trennung sich ins Bett des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, legte. Asma bintu Abi Bakr, erwarb sich besondere Verdiennisse zur Zeit der Hijra, als sich der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, und ihr Vater, Abu Bakr, r.a. vor dem Aufbruch nach Mekka drei Tage lang in einer Höhle am Berg Thaur, unterhalb des Mekkas, verbargen. Während dieser Zeit, sallallahu alaihi wa sallam, allen Gefahren zum Trotz, die beiden Männer regelmäßig abends mit Speise und Wasser versorgt haben. Alles Lob gebührt Allah, und Friede sei auf seinem letzten Gesandten Muhammad und seinen edlen Gefährten. Liebe Geschwister, durch die Hijra gelangten die Muslimen an einen Ort, an dem sie den Islam frei ausleben konnten, Ohne gute Planung und Vertrauen auf Gott, Tawakkul, wäre die Hijra nicht gelungen. Tawakkul ist im muslimischen Kontext ein sehr wichtiger Komponente des Glaubens und eine alltägliche Realität für Gläubige. Abu Bakr, Allah ist wohl gefallen ihm, sagt er dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Wenn einer von ihnen unter seine Füße schauen würde, würde er uns sehen. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, Oh, Abu Bakr, was denkst du über zwei Personen, Personen, von denen der dritte Allah ist. Der Koran beschrieb diese Sintze, als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte, Sei nicht traurig. Gewiss, Allah ist mit uns. Mögen wir die Hijra mit Wahrhaftigkeit vollziehen. Amin.